Cool gemacht, kurzer. Cool gemacht. Was ist alles an mich abgesehen? Das ist uncool. Okay. So, das Auto aufnehmen. So. Oh nein. Heile! Bärschwässchen bleiben dir gegenüber friedlich, nachdem du umgestiegen bist. Na 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 na. So. 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 Oh wow. das ging ja so ich würde sagen wir machen mal die story weiter jetzt so langsam ich weiß geil wozu wir hier noch alle umbringen das ist doch witzlos das hört ihr hier nie auf das war brutal das hat ihm sicher nicht geschmeckt so wie der dazugehauen hat weltkarte schau mal ostlead die alte hauptstadt des königreichs gundors war seiner brücke über den anduin auch von strategische bedeutung nach kriegen und solchen wurde die stadt schon zu beginn des dritten zeit alles aufgegeben ok was haben wir hier ok auswählen ja es wird zeit dass wir jetzt das nächste gebiet verrücken noch die gruppen von feindernähe von sprengstoff fliegen nestern oder ködern ok mal schauen was denn da so geht das war jetzt echt übel die armeen von kiri dungu sammeln sich auf den letzten angriff auf minast ethel kankra hat informationen mit denen du die anführer der orc armee finden und eliminieren kannst kehre zu ihr zurück und zerstöre saurons armee von innen heraus außen posten setzte feindliche außen posten außer gefecht um die gegnerische stärke in einem gebiet herabzusetzen besiege dazu den hauptmann der den befehlen über den außen posten hat ok 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 alter was bist du für ok jetzt hab ich gar nicht lesen können was unten stand na egal halt der legge und tut nichts für einen schattenangriff ich frage mich was wohl danach passiert nichts besonderes danach passiert nichts besonderes ich schwör's dir Ist der Wurm da oben? Ja, er ist da oben. Ach, komm jetzt. Ist der jetzt der Tod? Ah, super. So wie zum Thema Wurmfeuerung. Der greift mir tatsächlich an. Der Sklave hält zum Sklaventreiber. Ich glaub's. Ja, sie alle umzubringen hat eh viel Sinn. So, den Turm. Oh, da haben wir gleich noch einen Turm. Den mal reinigen müssen. Und rauf mit dir. Oh, dann reinigen wir den gleich mal. Na komm. So, einmal reinigen. Und schon haben wir ein weiteres Auge. Okay. Okay. Da haben wir einmal Artefakt. Was haben wir da sonst noch? Da, okay. Da war da noch was. Ah, okay. Hügelgräber. Ah, uns fehlt noch ein bisschen was. Ein bisschen was fehlt uns noch. Wo ist das alles? Ach, da geht der Weg entlang. Okay. Äh, halt. Da nicht, da nicht. Ah. Okay, 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 okay. So, und das waren alle. Ah, gut. Ähm. Alter, was ist das für ein Viech? Bist du deppert? Okay. Ähm, ein bisschen groß. Das Tier. Oder das Viech. Hilfe. Ah, ja, okay. Ähm, schon mal. Können wir hier irgendwen erwischen? Den Wurm erwischen wir nicht. Äh, wo soll der sein, Alter? Hä? Ja, B für Info. Hä? Okay. Ach, man kann drüber ein. Okay. Okay, ähm. Achso, nee, das war kein Artefakt. Das war einfach nur Münzen. Okay. Okay, 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 okay. Ja, ich frage mich jetzt gerade. Was hier noch alles? Wir gehen mal da hoch. Ist gleich besser. Nix, hä? Verhört, verdähtet. Ähm, oder nehmen wir gleich den nächsten? Wunderbar. Bezweifel, dass wir die gleich treffen, aber... ...ich will dieses Mall nicht unvorbereitet da reingehen. Und können wir da noch rein? Gibt es da einen Eingang oder sowas? Okay. Alter, wo sind wir jetzt? Okay. Alles klar, da gibt es Patrouillen. Bin ich jetzt aber nicht sehr freundlich. Ähm, okay. Die sind sicher nicht sehr freundlich. Verzweifelig zumindest ist ganz stark. Oh, Schleichthülle geht bei dir nicht, okay. Oh, die sind aber auch schnell tot. Da sind sie. Was glaubst du? Hm, wir müssen da hin. Weißt du was? Oh, komm. Zerlieg hier ein paar. Das war der Plan von der ganzen Aktion. Oh, du machst so den du am Niggelk gut. Das ist nicht sehr nett von euch. So, wir haben da einen Wurm, wir haben einen Kargur. Ooh, danke dir. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Bisschen Lebensenergie braucht man doch immer. Okay. Friss ihn. Du bist so groß und stark. So, schön aufsammeln. So, gleich mal fressen. Und schön erleben. So ist fein, mein ganzer Feiner ist aber wie Karago hier. Aber dann, Entschuldigung. Ach ne, das ist die falsche Richtung. Da wollte ich jetzt nicht hin. So, schön hast du es gemacht, Kleiner. Schön hast du es gemacht. Ach ne. Ähm. Ach. Ach. Was soll's der Scheiß? Oh, okay. Kleiner. Kleiner sich auf einen Monument. Um es zu zerstören, okay. Ach, das Monument ist da hinten. Ach, da ist es. So, und. Hepp. 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 Und. 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 Dunkelstamm, die Stimme sind. Mal sehen, wie blutrünstig diese Meuchler jetzt sind. Sie sind nichts im Vergleich zu Elbenmäuchlern. So. Schön erlaubt. Und. Machen wir uns wieder auf den Weg. Oh, da. Eine hässliche Bestie zu mir. Wir machen uns wieder auf den Weg. Und. Und. Worauf reitest du da? Ich glaube, eher du stirbst, mein Freund. wir sind aufgestiegen sehr schön wir haben keine egal wo es mehr scheiße weil du gehst mir jetzt aber auch mal freund du hat doch ein abgeschossen So, hallo. Sieht irgendwie niedlich aus. Sorry, ich war es. Das ist ein bisschen komisch, aber es sieht niedlich aus. Frisch dich dann. Wir haben hier noch was aufzusammeln. So, ist fein. Äh, kann ich den jetzt noch nicht? Ähm, hinweis nachgehen. So, jetzt hat mein Rutsch. Er strapaziert seinen schwachen Verstand mit Plänen und Ideen. Machen wir es ihm leichter. Auf geht's. Oh, okay. Oh, okay. Ja, gut noch, genau. So. So. Ah, up. So, okay. Da-da-da. Gut, Luna. Ah, gut. Vриß halt dran. jeder kommt da nicht hoch warum kommt er doch nicht hoch ich weiß nicht jetzt weiß ich sicher solange es lebende wesen gibt wird eines das andere vernichten wollen da komme ich ins spiel man könnte sagen das ist mein leben ich habe mir von dir erzählt aber nicht deine schönheit erwähnt nein das haben sie nicht du gehörst jetzt mir liebster für immer und ewig jetzt haben wir schön mit drei zu tun hier sehr schön ok wenn mein leben sieht es noch gut aus ok was kommt jetzt nein das ist nicht vorbei doch nicht ok ich finde wir sollten das ganze aber jetzt dennoch bänden und zwar so heftig wie nur irgendwie möglich ach leck mich doch zu spät gedrückt das war jetzt los so der erste erstmal hinüber so jetzt kommt er noch dran so niemals hinrichtung hat funktioniert cool so ich glaube damit haben wir alle drei geschafft oder hoffe ich zumindest wie viele menschen mehr als ich finger und sehe macht nichts ich muss ich nur einmal töten so so dann haben wir da hinten ein monument da haben wir eins genau da klettern wir jetzt rauf äh könntest du jetzt bitte drauf klären danke dir so kaputt geht es sehr schön okay ich habe noch eine kleine belohnung dafür so gut irgendwas ist da oben so gut du bist du ich bin das ich bin ist ich bin ich bin als ein Hilferuf und ein Schreckensschrei. Okay? Feinde im Außenposten. Hä? So, 3 von 3. Schulterstößen, sehr schön. Ach je, die erwischen mich ja schon wieder. Ah, diese fluchten Wichser. Hä? Was war das jetzt? Da hat doch nichts zu tun, glaube ich. Oh, da ist man daneben. Das auch. Ah, wieder die falsche Kaste. Da komm, Scherp, komm. Okay. Aua. Zu spät. Okay. Aua, das war die falsche Taste. Das diesmal aber nicht. Ah, übersehen. Scheiße. Ach komm. Ah, zu spät gedrückt. Ach ja. Oh, 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 oh. Jetzt wird's aber übel. Komm mal kurz hier. Dankeschön. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.